Gestrichen, kein Energiegeld für Rentner, die im Monat September 2022 keinen Rechtsanspruch auf eine Rente haben. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat Folgendes zum Thema Energiepreispauschale für Rentner bekannt gegeben. Rentner haben Anspruch auf die Zahlung der 300 Euro im Dezember 2022, wenn sie selbst im September 2022 einen Anspruch auf eine gesetzliche Rente haben. Also einen Altersrentenanspruch, Rente wegen Erwerbsminderung oder Anspruch auf eine Witwen- oder Witwerrente im September haben. Anspruch auf eine Rente heißt, dass für die Rentnerinnen und Rentner die Voraussetzungen für die Zahlung der Rente im Monat September dem Grunde nach bestehen. Rentnerinnen und Rentner, die im Monat September 2022 keinen Anspruch auf eine Altersrente, EM-Rente oder Witwen- oder Witwerrente haben, werden hingegen am 1.12.2022 bei der Energiepreispauschale leer ausgehen. So die Lesart des BMAS. Wer also erst im Oktober 2022 einen Anspruch auf eine solch genannte Altersrente oder EM-Rente, Witwen- oder Witwerrente hat, wird das Energiegeld daher nicht erhalten. Hintergrund wird sein, dass viele Zugangsrentner, die ihre Rente erst nach dem September 2022 erhalten werden oder beanspruchen können, im September 2022 meist noch in einem Beschäftigungsverhältnis oder in einem laufenden Beamtenverhältnis gestanden haben und dann dort heraus die Energiepreispauschale vom Arbeitgeber oder vom Dienstherrn gezahlt bekommen haben oder im Oktober dann noch gezahlt bekommen. Damit werden wahrscheinlich Doppelzahlungen der Energiepreispauschale vermieden. Wer aber kein Arbeitsverhältnis hatte, zum Beispiel im Jahr 2022 in einem vertraglich vereinbarten Vorruhestand war oder vom Ersparten lebte und erst nach September 2022 eine Altersrente oder EM-Rente, Witwen- oder Witwerrente bekommt, wird am 01.12.2022 kein Anspruch auf die Energiepreispauschale haben. So das BMAS auf seiner Internetseite. Näheres zum Thema Energiepreispauschale finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel